Servus liebe Leute, ich habe es im letzten Video angekündigt, dass ich etwas herausgefunden habe, was echt weltbewegend ist, viele kennen es bestimmt schon, aber es ist einfach möglich, unendlich magische Drohnen, Supermagical Chests, Supermagie Drohnen oder Riesentruhen zu öffnen. Es gibt einen Weg, ist legal, um ehrlich zu sein, er ist legal, aber ich möchte ihn heute nicht vorstellen, sondern wollte erstmal fragen, ob ihr sowas überhaupt sehen wollt, ob ihr wissen wollt, wie der unendliche Drohenglitch geht, unendlich Magie Drohnen, Supermagie Drohnen und Riesentruhen ganz kostenlos oder sowas öffnen und ich will wissen, ob ihr das sehen wollt, ich weiß es nämlich, wie es funktioniert. Ist halt der Zwiespalt, ich werde es euch gerne sagen, wenn ihr es sehen wollt, wenn ihr es nicht sehen wollt, dann zeige ich es euch natürlich nicht. Schreibt es mir mal rein, ob ihr den Glitch cheat, hack, aber cheat und hack ist eigentlich nicht, es ist ein Glitch, der nicht von diesem Spiel hier ausgeht, so viel kann ich nochmal sagen, aber wenn ihr es sehen wollt, schreibt es mir mal rein, aber wenn nicht, dann halt auch nicht. Also ich würde sagen, das war es eigentlich für die Folge, warum denn nicht, war nur eine kurze Ankündigung, ob ihr das sehen wollt, es geht halt um einen Glitch, wo ihr, ihr müsst ein bisschen Geld einsetzen, einen bestimmten Betrag und den könnt ihr dann verdoppeln, immer weiter verdoppeln und ihr bekommt dann das Guthaben etc. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, also wenn ihr das so was sehen wollt, wie ihr unendlich Magie-Druhen, Magical Chest, äh Magical Chest, Magie-Druhen, Pascal, grüß Gott, Magie-Druhen, Super-Magie-Druhen und Riesendruhen öffnen wollt oder allgemein irgendwas, Druhen-Jam oder, was weiß ich, die Zeit-Jam wollt, dann schreibt mir mal rein. Ich werde euch das dann in einem der nächsten Videos präsentieren und, ja Jungs, ich würde sagen, haut kräftig auf den Like-Button, wenn ihr es sehen wollt, wenn nicht, macht ein Dislike, würde mich auch interessieren, wer es nicht sehen will. Also, bis dann und haut rein, schönen Tag noch, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.